Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Der Angriff ist verlogen, sogar die OSS! Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ist das Feindlinge, Verreiter, Versager? Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält, Tierschank in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von da waren alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Sie bezahlen! Sie vergesaufen in Ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, irren Sie sich bewaltig. Er jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Wenn Sie, meine Herren,